Und es geht weiter... und wir machen das Hardest Level Ever. Ich schätze, es war eine Ironie. Ja, es war so deutlich. Toll! Dafür fange ich ein neues Video an. Das Geisterhaus... ähm, ja. Aber hier gibt's noch einen Geheimgang. Das weiß ich. Okay, ähm... Mal schauen. Oh! Oh! Nein! Nein, ich will auf den Hinterren. Ich will auf den Hinterren. Ach, wie soll ich das denn bitte machen? Das ist schon wieder so eine Sache. Nein! Oh Gott! Oh mein Gott! So soll ich das machen. Wenn's dann auch mal in der Praxis klappt. Jawoll! Es... naja... Ich liebe Fliegen auf Bullet Builds. Die Tatsache, dass ich... dass ich es eigentlich gar nicht kann, macht es gerade so interessant. Toll! Kommt natürlich nix! Ach! Ich erwische aber auch nicht den Absprungpunkt. Ähm... Nein, das war er nicht. Safestate. Äh... Da ist der Key schon. Das geht ja schnell. Und ich bin dran vorbeigeflogen. Das ist natürlich mies. Ach joch, die fühlen mich direkt auf den Key. Das finde ich jetzt auch sympathisch. Äh... Nachschub. EVTL. Hallo. Äh... Was soll denn das? Ich brauche Bullet Builds, sonst geht's hier nicht weiter. Äh... Genau. Äh... Und hopp und hopp und hopp und hopp und hopp. Hopp und hopp. Nein! Hopp und... Nein! Hopp und hopp und hopp. Na... Nein! So wollte ich das sehen. Ach, voll am Schlüsselloch vorbeigeflogen. Es war so selbstverständlich. Nein! Ah! Äh... Da ist es! Da ist es! Jawoll! Und der rote Schalter... Wir saven aber erstmal. Was erwartet mich denn hier? Äh... Mhm... Ich schätze, ich darf die Münzen nicht wegmachen. Das heißt wieder kurze Distanzsprünge. Okay, und wie soll ich den jetzt nehmen? Nein! Ich will keine Münzen wegmachen. Äh... Das ist auch so ein Ätz! Hm... Nein! Ich will... Ich darf keine Münzen wegmachen. Oder? Das geht doch gar nicht. Hm... Moment! Wenn ich den P-Switch drücke... Kann ich da hoch... Ich könnte aber auch einfach springen. Joa! Kannst mich mal! Ich spring da einfach hoch. Äh... Nein! So will ich das! Und jetzt einfach da hoch! Einfach da hoch! Ja, bitte! Es geht doch! Es läuft doch! Äh... Oder auch nicht! Wieso verkack ich den letzten... Sprung? Äh... Ich schätze, das ist die beste Methode. Und... Quetsch dich da bitte durch, Mario! Danke! Mario! Äh... Okay... Hm... So... Und... Durch da! Ah... Den P-Switch hätte da auch einen kürzeren Timer verpassen können. Ja... Jetzt wird mir Zeit schon knapp. Tch! Haaach! Es ist... Hm... Ich setze die Safestates echt wie ein letzter Vollidiot auf Koks. Was mache ich denn da? Und... Habe ich ihn noch? 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 Jawoll! Ich habe ihn noch! Oh! Boah! Ja... Toll! Äh... Werdet zu Münzen... Wieso werdet ihr nicht zu Münzen? Wieso werdet ihr nicht zu Münzen? Ach... Leck mich doch, P-Switch! Natürlich! Mein Gott! Äh... Ich hätte ihn doch behalten sollen... Ich hätte ihn doch behalten sollen... Naja... Ach... 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 Ihr Schweineviecher! Es ist so klar! Huh... Wieder ein paar Level geschafft! Es läuft doch! Jo... Und... Wir machen hier für heute... No... Was habe ich denn jetzt gedrückt? Äh... Schluss! Ich verabschiede mich! Bis zum nächsten Mal! Euer Dave!